Libal Malaib ist unser jüngster Teilnehmer. Er kommt auch aus dem Libanon, spielt Viola und er liebt die westliche Musik im Allgemeinen und Barockmusik und Bach im Besonderen. Aber er liebt ganz genauso klassische arabische Musik und deswegen war er auch einer der begeisterten, begeisterten, wie man es auch sagen will, anzumeldenden. Und man hat sehr gemerkt, dass ihm das sehr wichtig war, in diesem Workshop teilzunehmen. Und dementsprechend hören Sie von ihm auch das einzige Stück von Bach heute Abend. Das ist ein Ausschnitt aus der Cellosuite in C-Dur und er versucht sie dann danach direkt arabisch zu kommentieren mit einer Improvisation im arabischen Modus Sabah. Applaus Musik 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 Applaus